Renault stellt auf dem Pariser Autosalon zwei Neuauflagen klassischer Modelle vor, den R4 und den Twingo. Beide kommen als Elektroautos zurück. Der R4, ursprünglich von 1961 bis 1992 gebaut, wird ab 2025 als SUV-artiger Kleinwagen zu einem Preis von unter 30.000 Euro erhältlich sein. Er bietet eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Der 2026 folgende Twingo hat ein Retro-Design im Stil der 90er Jahre bei einer Reichweite von 300 Kilometern. Auch Renaults Mobilize-Sparte stellt neue Modelle vor, den Duo und den Bento. Der Duo als Nachfolger des Twizy startet am 14. Oktober in Frankreich. Er ist in zwei Versionen verfügbar mit Geschwindigkeiten von 45 und 80 Kilometern pro Stunde. Die Bento-Version, ein kleines Nutzfahrzeug, soll später folgen. Beide Modelle bieten Reichweiten von bis zu 161 Kilometern. 60% der Karosserie-Teile bestehen aus recycelten Materialien.